du möchtest jetzt halt schöner improvisieren darüber also ich sehe ich sehe zwei baustellen gleich die eine ist du warst die halt mit den fingersätzen nicht so richtig sicher so und dann natürlich die griffbrett orientierung wo ist das jetzt hier und dann der dritte baustein ist natürlich wie du schon gesagt hast dass man das immer nur hoch und runter spielt und das sind drei verschiedene sachen an denen du dann quasi schon arbeiten könntest fangen wir mal damit an du hast ja du hast mir eine frage gestellt was ist der beste weg melodien und akkorde selber zu erfinden so und ich gebe zuerst mal etwas philosophische antwort sozusagen also die philosophische antwort lautet du hörst natürlich was dein kopf sagt und spielst das dann so also du hörst in dich rein und spielst exakt das hat mal ist vor kurzem gestorben der großartige jazz pianist chicorya hat das zum beispiel gesagt gesagt soll es in dich reinhören und dann das spielen was du hörst und nicht irgendwas irgendwelche fingersätze oder irgendwelche gelernten sachen und wenn du nichts hörst sollst du auch nichts spielen so das nutzt uns jetzt das ist ein schöner spruch und das steckt auch viel wahres drin das nutzt uns jetzt auch im lernen halt nicht so viel aber das erst mal eigentlich das große ziel ist dass du was in deinem kopf hast und das dann aufs instrument überträgt und nicht umgedreht ich weiß wo was auf dem instrument ist und höre danach wie das klingt so ich weiß wie der fingersatz geht und ich spiele den jetzt und danach kriege ich raus was gleich erklingen wird sozusagen aber am anfang muss man natürlich so anfangen wenn man nichts kann muss man irgendwo anfangen und da hatten wir gerade das erste thema ist natürlich dass wenn du so willst wie so ein werkzeug ist eine pentatonik oder eine molltonleiter es gibt noch viele andere tonleitern die man lernen kann aber lass uns mal da bei der pentatonik bleiben wo du bist und da kannst du jetzt einen fingersatz den konntest du richtig ja das ist jetzt dein fingersatz den hast du perfekt gespielt und jetzt hast du den ordentlich hoch und runter geübt und wunderst dich dass du den immer nur hoch und runter spielst wenn du improvisierst und deshalb ist jetzt der nächste schritt natürlich zu sagen okay ich muss natürlich auch was anderes üben um anders zu spielen also dass das ist ein denkfehler den haben viele die sagen wenn ich die tonleiter kann dann kommen die ideen ja von alleine das ist so ein bisschen wie nur weil du wörter kannst kannst nicht gleich noch mal anschreiben oder so weiß in schönen satz zu bilden das will man auch üben und was klingt gut und so weiter jetzt ist es an der zeit nachdem du den fingersatz also das reine hoch runter spielen geübt hast ist es jetzt an der zeit kleine ideen damit zu finden und zu spielen und da kann man auch übung machen und wir machen jetzt mal eine zusammen ist zum beispiel übel simpel nennt sich skip to das heißt überspringe zwei töne mehr heißt das eigentlich nicht und unsere idee ist jetzt wir spielen mal den ersten ton dass der zwölfte bund auf der tiefen e-seite und jetzt wollen wir nicht den nächsten ton in der tonlader spielen und auch nicht den übernächsten sondern die beiden wollen wir überspringen wir wollen sozusagen wenn das der erste ton ist den vierten ton in der tonlader jetzt spielen welcher wäre das der nur den wir wollen nur die zwei spielen jetzt haben wir schon mal sprung gemacht den hast du vor nicht gemacht wahrscheinlich so okay und die idee ist jetzt okay diesen sprung zwei töne zu überspringen den übe ich jetzt von jedem ton der tonleiter aus vom ersten haben wir es gerade gemacht jetzt gehen wir zum zweiten ton der tonleiter was ist der zweite ton der genau und jetzt muss denken was ist jetzt welche zu welchem ton muss ich gehen um zwei töne zu überspringen wo geht es dann hin von diesem zweiten ton aus das heißt du spielst nicht den nächsten nicht den übernächsten sondern von diesem ton aus als würdest du zwei überspringen es kann ja herankommen wir sind auf diesem ton hier so das wäre der nächste das wäre der übernächste die beiden wollen wir aber überspringen also kommen wir auf der d seite das ist unser ton ok jetzt haben wir schon von zwei tönen aus das klingt schon ganz anders als vorher so jetzt gehen wir zum dritten ton der tonleiter und spiel mal nur den dritten ton erstmal was der dritte ton dieser tonleiter so jetzt machen wir das gleiche spiel zwei töne überspringen wo kommst du hin genau so jetzt gehst du zum vierten ton der tonleiter und überspringst wieder zwei töne jetzt hast du schon das muster erkannt aha ok wenn ich auf der linken seite bin ist es immer eine seite drunter schräg rüber und wenn ich auf der rechten seite bin dann muss ich eine seite überspringen auf dem link alles gut das hilft dir schon mal jetzt den rest zusammenzufügen und ich spiele das einmal vor und dann suchst du dir das kurz zusammen so nur dass du es mal gehört hast das was wir hier machen das nennt sich in der musik sequenzen und das ist ein blödes wort eigentlich nur dafür du hast eine idee das ist jetzt eine super simple idee überspringen zwei töne und musiker sagen dann okay ich übe jetzt von jedem ton der tonleiter dieses überspringen von zwei tönen damit ich im notfall sozusagen gewappnet bin und das von jedem ton aus kann zum beispiel in einer improvisation dass wenn ich sage und jetzt würde ich zwei töne überspringen aber habe ich nie geübt kriege ich nicht hin wirst du hinkriegen weil wir werden das jetzt von jedem ton üben ich zeig dir mal wenn man das geübt hat klingt es so ich bin mal so klein immer vollkommen anderer sound das war jetzt nur hintereinander wenn du das dann noch mit rhythmen versiehst vollkommen anderer klang als plötzlich wird der sound größer weil du größere intervalle größere tonabstände spielst ja jetzt mach das mal ganz langsam fang noch mal an vom ersten ton zwei überspringen dann musst du zum zweiten das kostet dich jetzt viel denkarbeit und deshalb übt man das übt man das vorher das ist eine wunderbare übung und irgendwann hast du die dann in fingern und dann kannst du die nicht spontan rausholen die idee ist folgende wenn wir jetzt die töne nacheinander einfach durchnummerieren würden 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 dann ist unser ziel wir wollen von jedem ton aus vom ersten vom zweiten vom dritten vom vierten vom fünften vom sechsten und so weiter immer zwei überspringen und zwar nacheinander das heißt wir starten beim ersten ton wollen zwei überspringen dann gehen wir zum zweiten ton wollen zwei überspringen dann gehen wir zum dritten ton in der tonleiter wollen zwei überspringen so das heißt du musst jetzt immer mitdenken wo war ich wo muss ich hin und wo muss ich wieder zurück um da weiter zu spielen probier das mal ach so ja wenn du hier angekommen bist auf der h-seite dann hast du natürlich dann bist du am ende ich schreibe dir das du machst du wiederholst das jetzt noch mal ich schreibe dir das in der zeit als tabulatur auf dass du das ist dir das dann dass ich dir das dann schicken kann mach langsam und muss jetzt am anfang viel mitdenken okay das jetzt eine reine übungssache das ganze in ruhe zu hause machen aber wenn du das trainierst und da ein bisschen schneller was so so wie du ja auch am anfang wurde die tonleiter gelernt hast da war es bestimmt übel langsam musstest überlegen wann welcher ton kommt und mit dieser übung das dauert jetzt du musst lernen die zu sehen aber wenn du das oft genug wiederholt hast dann ist es einfach da und rückwärts kann man diese idee natürlich auch spielen anstatt einfach die tonleiter rückwärts zu spielen sagt okay ich bin jetzt von dem zwei zurück also rückwärts funktioniert es genauso und von solchen übungen gibt es einige die man machen kann das ist jetzt eine davon und wie du schon siehst kannst du vorstellen wenn du jetzt mehrere solcher übungen machst umso freier wirst du umso sicherer lernst du diesen fingersatz und umso freier wirst du in der benutzung und dann wirst du auch wenn du dann spielst natürlich weil du würdest niemals so eine linie frei improvisieren wenn du das nicht vorher geübt hätte dass das kommt nicht weil du den fingersatz hoch und runter spielen kannst dann plötzlich in der bandprobe raus von alleine weil du hast ja noch nie gemacht und deshalb musst du das vorbereiten indem du es übst so das wäre jetzt ich wollte nur einen ansatz geben aha man kann sich da so kleine übungen basteln ich gebe dir noch eine zweite die auch sehr häufig benutzt wird das war jetzt die idee zwei töne überspringen eine zweite übung die sehr sehr oft benutzt wird und ihr nur eine idee geben kann wie du dann selber übungen entwickeln kannst ist zum beispiel wir fangen wieder beim ersten ton an die ideen von sequenzen ist immer dasselbe du hast eine idee oder der musiker sagt ein motiv ja also du hast eine idee eine vorstellung und übst diese idee auf jeden ton der tonleiter das geht nicht nur mit der pentatonik das geht auch mit mit anderen tonleitern ja was wir jetzt machen nennt sich dreier sequenz das bedeutet einfach nur ich habe einen ton den ersten ton wo ich anfange und gehe spiele drei töne den ersten zweiten und dritten ton und dann mache ich das vom zweiten ton spiele ich also den zweiten dritten und vierten ton so also die gleiche idee musst immer wieder zurück und das ganze würde jetzt bedeuten fangen hier an spiel drei töne jetzt gehe ich wieder einen zurück zum zweiten ton und spiele von den drei tönen und dann kommt das raus ganz langsam wir machen das im denktempo das ist wichtig dass du am anfang immer nur so schnell spielst wie du mitdenken kannst ja okay wir starten hier also ich habe das früher wirklich manchmal dann so um mich selbst zu verlangsamen habe ich das mitgesprochen so wir starten im zwölften bund ich muss jetzt zwei töne nach vorne gehen achtung die drei sequenz vorbei jetzt muss ich einen ton wieder zurückgehen also wirklich dass ich mitdenke während ich das spiele ja so probiere es mal ganz langsam so und rückwärts geht das natürlich genauso die diese idee dass man sagt okay ich fange beim höchsten an und gehen wir zurück aber auch das ist eine reine übungssache wenn er das dann geübt hast das hörst du in 100 millionen gitarren solos so kommt tausendfach vor weil es halt so schön in den fingern liegt aber auch das muss man halt vorher geübt haben bevor es durchkommt jetzt kannst du dir vorstellen jetzt hast du das in dieser einen position gelernt in diesem einen fingersatz und in allen anderen fingersätzen die es jetzt von der moll pentatonik gibt muss man das natürlich genauso üben also da hat man schon ganz schön zu tun aber es ist es hält sich ja auch niemand sondern du kannst ja fangen der position an wo du dich wohlfühlst dann übst du das und wenn das sicher ist dann übst du eine nächste das gute ist du merkst halt auch sofort ob du die position wirklich sicher kannst weil wenn du dich nicht zurecht findest warte mal wenn ich jetzt zwei überspringe wo komme ich mal hin wenn du das nicht siehst hier quasi dann kannst du die noch nicht gut genug sicher genug so und so kannst du dich langsam an jede position rantasten und wirst sicherer in der ja na ich habe durch durchs noten lesen konnte ich hier vorne schon dur und moll tonleitern spielen so beim abspielen so in der musikschule ja so aber mal davon abgesehen was jetzt e-gitarre rockgitarre betrifft da habe ich auch angefangen mit der pentatonik und zwar wenn die meisten leute sagen pentatonik dann meinen sie auch die die moll pentatonik es gibt zwar noch ein paar andere aber bleiben wir jetzt mal bei dieser pentatonik mein tipp wäre oder mein ratschlag zu deiner frage wäre ich würde erstmal nur die pentatonik üben bis ich die sicher kann und da gibt es fünf fingersätze du kannst jetzt diesen ein das war der den du sicher konntest und ich würde an deiner stelle keine anderen tonleitern lernen gar nichts weiter bevor ich nicht diese fünf fingersätze die es gibt die also die restlichen vier die es hier noch gibt quasi du kannst jetzt hier diesen teil die restlichen vier sind hier dazwischen bevor du die nicht perfekt so sicher kannst wie diesen einen den du mir vorgespielt hast brauchst du keine andere tonleitern ich zeige dir das ist es kannst du kannst du kannst du so ein barriere akkord hier greifen so was für ein barriere akkord ist das wie heißt der warum heißt der ador also wo ist da das a woher weißt du das dass es da ist okay wunderbar jetzt gehen wir zwei bünde tiefer wie heißt der akkord du kannst auf der gitarre scheinbar einen griff nehmen einen fingersatz wenn du so willst den einfach irgendwo anders hin zu verschieben und dann wird er entweder höher oder tiefer es bleibt aber wenn das ein du akkord ist ist das immer noch ein du akkord der ist jetzt nur ein bisschen tiefer und wird von a zu g sozusagen das gleiche funktioniert natürlich auch mit den fingersätzen wenn das hier die e-moll pentatonik ist wenn ich die jetzt zwei bünde tiefer spiele aber exakt dieselben finger also 1 4 1 3 1 3 1 3 1 4 1 4 dann ist das jetzt die d-moll pentatonik weil ich den selben fingersatz tiefer so und deshalb sagte ich wenn du diese fünf fingersätze drauf hast dann ist es im prinzip nur noch das entsprechende anpassen so wie du das mit den akkorden schon machst richtig anpassen an die toner und dabei ist wichtig dass du in jedem fingersatz und das machen viele falsch dass du bei jedem fingersatz lernst wo ist dieser grundton so wie du hier weißt das ist aber weil hier der finger auf dem a ist musst du bei den anderen fingersätzen der moll pentatonik auch lernen wo ist das e oder wo ist der grundton besser gesagt die meisten lernen die fingersätze und fangen nur auf der tiefen e seite an und wundern sich warum sie sich da nicht orientieren können ja aber in cis moll wie soll ich jetzt den dritten fingersatz in cis moll finden du sollst nicht den dritten fingersatz in cis moll finden du musst wissen wo ist das cis und welchen welchen fingersatz muss ich dazu spielen das heißt so wie du bei dem hier das ist nicht das ist nicht der startton weil das der tiefste ton in diesem fingersatz ist sondern weil das wirklich auch das e ist wenn du jetzt zum beispiel hier den fingersatz spielen wir wäre das e im zweiten bund auf der d seite und das heißt um die moll pentatonik zu spielen fange ich jetzt hier an so aber das muss ich dir in ruhe angucken da druckst du dir irgendwo im internet die fünf fingersätze aus meine sind zum glück nur fünf und einen kannst du schon du kannst wahrscheinlich auch schon so ein bisschen die anderen aber wichtig ist dass du dir dann anguckst wo ist der grundton und mein absoluter tipp ist dann übe diese fingersätze am anfang immer vom grundton aus damit du auch hörst welche tonleute das ist ich mach dir das mal vor denn es sind am ende immer dieselben töne siehst es ist immer derselbe sound der da kommt du musst aber wissen wo ist dieser startpunkt wo ist das e ich habe jetzt keine methodik sich das zu verinnerlichen meine methodik ist halt sagen wir mal du willst das e lernen dann frage ich mich suche ich mir auf jeder seite ein e raus also du kannst ja sicherlich so zählen wenn nicht es gibt ja auch übersichten auf dem internet im internet ich würde jetzt ich zähle nichts ab oder so oder merke mir irgendein schema ich weiß viele merken sich das mit so oktav mustern und so aber das nutzt ihr dann meistens nicht wenn du plötzlich hier bist und in den ton suchst und jetzt muss ich erstmal meine oktav muster spielen um zu wissen welcher ton das ist weil die meisten orientieren sich dann trotzdem nur an der tiefen e seite weil sie immer oktav muster spielen das ziel sollte sein jederzeit zu wissen das ist ein g das ist ein d das ist ein g das ist ein h ohne sich an der tiefen e seite zu orientieren muss wissen wo die sind so und wie ich das gelernt habe ist also ich suche mir auf jeder seite den ton e raus bei der e seite ist ja schon das e genau das ist jetzt auf der a seite da ist es im siebten bund wo ist es auf der d seite da hat man vorhin den fingersatz angefangen zweiter bund zweiter bund auf der d seite so und ich habe jetzt kein life hack oder so um sich das einzuprägen sondern ich bin der freund von ich präge mir jetzt ein dass das e auf der d seite im zweiten bund ist so fertig aus so und dann wie in der schule sozusagen auch wenn das sehr unsexy ist wiederhole ich jetzt jetzt wiederhole ich einfach die drei töne wo ist auf der a seite siebter bund genau okay dann musst du jetzt sagen achtung also da muss man sich auf welchen zeit nicht sagen okay wo ist es auf der a seite siebter bund hier also auch optisch einprägen wo jetzt wiederholst du noch mal die drei töne noch mal okay jetzt die nächste jetzt auf der nächsten seite wo ist auf der g seite der ton e genau so und jetzt aha merken du hast ja nicht sofort gefunden ich weiß nicht wo auf der g seite ist im neunten bund alles klar hier auch optisch also sehen dass das hier ist so jetzt wiederholst du alle vier super jetzt wo ist der ton auf der h seite so jetzt wiederholst du wieder alle und jetzt wo ist auf der hohen e seite der ton e zum beispiel zwölf gebunden oder leerseite egal okay jetzt rückwärts von der hohen e seite an komisch rückwärts sieht das griffbrett gleich ganz anders aus oder nochmal rückwärts so und das ziel sollte jetzt sein dass du das metronom anmachen kannst und zum beispiel dass das dann ein test ob das wirklich drauf hast zu jedem klick zurück so schnell muss es gar nicht machen aber genau so habe ich das gelernt genau auf diese weise ich habe mit einem ton angefangen dann habe ich nächsten ton genommen so aber erst wenn ich das zum metronom und zwar bei tempo 60 wenn ich das genau auf den klick spielen konnte wenn ich das geschafft habe egal wie lange das dauert ob das eine woche dauert oder fünf ist vollkommen egal aber du hast gesehen wie lange saß man jetzt dran fünf minuten dann konntest du es jetzt schon das einzige problem ist jetzt wenn du jetzt eine woche nicht übst oder so dann ist es natürlich wieder weg das heißt du musst es jeden tag wiederholen damit es sich einprägt so wenn es aber einmal da ist und du wiederholst es dann ist es ja in einer sekunde abgehaktet oder zwei von mir aus ja dann muss den neuen ein neuer ton dauert dann vielleicht keine ahnung nimmst vielleicht ich würde einen ton nehmen der weit weg ist kein der nah dran ist wenn du jetzt f nimmst dann guckst du immer heimlich aufs e und spielst einfach den ton daneben so ist es viel cooler wenn du jetzt sagst okay ich spiele zum beispiel das b flat weil das ist genau in der mitte zwischen e sondern muss ich mich halt ein bisschen neu orientieren und dann übe ich das zum metronom so sagen wir mal du würdest pro ton eine woche brauchen was nicht dauert du hast ja gerade gesehen das hat fünf minuten gedauert paar mal noch wiederholen vielleicht zwei drei tage aber sagen wir mal du lässt dir eine woche zeit pro ton das würde bedeuten dass du in zwölf wochen das komplette kraftwerk drauf hättest wo alle töne sind und es ist eine reine fleißsache ich sag dann immer ich sag dann immer das ist so ein beispiel das hat nichts mit talent zu tun da gibt es keine ausrede das ist eine reine fleißsache das könnte ich einem affen beibringen wenn ich den genug motivieren könnte mit banan das hat überhaupt nichts mit können gar nichts ist einfach reine fleißsache auswendig lernen so ich weiß nicht durch diese ganzen youtube videos wie ihr in drei minuten der weltbeste gitarrist werden und sowas geht es halt so ein bisschen verloren dass man manche sachen einfach ich setze mich jetzt auf den hosenboden und lerne das ich führe manchmal so diskussionen mit leuten die dann sagen ja ich aber auswendig lernen ist scheiße bla 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 und das gehirn braucht bestimmte punkte auswendig gelernt mit denen es dann arbeiten kann es hat zum beispiel einen grund warum wir das kleine 1 1 auswendig lernen müssen weil das dann für die höhere mathematik die so einen startpunkt gibt von dem du schneller ausrechnen kannst klar muss man nicht das kleine 1 1 drauf haben aber wenn du das einmal hast dann kannst du andere sachen schneller rechnen und genau so ist es da wenn du die töne einmal hast dann findest du die anderen sachen schneller und wenn du jetzt die pentatonik position lernst habe ich ja gesagt ist der startpunkt manchmal auf einer anderen seite und dann willst du ja auch den ton finden oder du hast einen akkord keine ahnung das ist zum beispiel ein e major 7 akkord hier ist das e aber auf der h seite so wenn ich den jetzt woanders spielen will wenn es jetzt heißt spiel mal ein a major 7 dann muss ich wissen wo ist auf der h seite ein a damit ich den spielen kann also ich kann ja auch es ist ja egal ob ich tonleite oder was ich mache ich muss das finden können egal ob akkord oder sonst was um das an der richtigen stelle zu spielen so und das ist eine reine fleißsache also ich glaube du könntest das super lernen du hattest mich ja gefragt muss man um gut gitarre spielen zu können sämtliche töne am griff bereits auswendig kennen können und man muss nicht aber es erleichtert die arbeit ungemein so also weil du einfach dinge viel schneller findest und jetzt hattest du nämlich noch gefragt wie kann ich akkord bezogen improvisieren und licks einbauen ja akkord bezogen improvisieren da hast du schon ein gutes wort gewählt denn wenn man jetzt über eine akkord folge wie du hast jetzt in deinem song zuletzt oder ich mach mal ich habe ja auch so ein loop und mache so roof irgendwie auch in eurer band war ja irgendwie so ja und wenn ich jetzt wenn ich jetzt die töne finde auf dem griffbrett ja dann spiele ich nicht nur eine tonleiter sondern ich sage okay was macht die band was ist eigentlich das Song. Der spielt E-Moll, D-Dur, A-Dur. Na cool, das kann ich doch auch spielen eigentlich. Warum spiele ich nicht, wenn das E kommt? Zum Beispiel auch das E. Mach das mal vor. Und jeden Ton. War alles nur A ist jetzt zum Schluss. War nichts anderes dabei. Also dann wird deine Improvisation schon allein dadurch, dass du einfach nur den Grundton sozusagen vom Akkordspielst akkordbezogen. Das, was ich jetzt gezeigt habe, das war nur, das solltet ihr nur zeigen, aha, wenn ich weiß, wo die Töne sind und weiß, was die Band spielt, dann kann ich auch nicht in Tonleitern denken, sondern ich spiele immer den entsprechenden Ton zum Akkord. Aber der Grundton ist auch nicht der einzige Ton, den man natürlich spielen kann. So ein Akkord hat ja mehrere Töne. Hast du bestimmt schon mal gehört. Grundton, Terz, Quinte. So ein bisschen Musiktheorie. Wenn man da jetzt fit ist, dann kann man auch sagen, hey, was passierten, wenn ich immer die Terz, also den dritten Ton von diesem Akkord spiele sozusagen, ja. So, das wäre bei E-Moll wäre das das G, bei D-Dur wäre es der Ton Fis, und bei A-Dur wäre es der Ton Zitz. Und jetzt, was auf, jetzt hören wir uns das mal an. Und ich denke jetzt nicht in Tonleitern, ich denke in Tönen. Ich suche den entsprechenden Ton zusammen. Cis ist das, ein Cis, ja. Ich habe genau die Akkordfolge mitgemacht. G kommt jetzt. Fis für D-Dur. Und jetzt brauchen wir Cis. Zum Cis gebändet. So, und das kann man dann auch mit der Quinte machen. Und dann kann man die natürlich auch vermischen, wie man lustig ist. Und plötzlich hörst du, auch wenn ich das mache, wenn ich so spiele, also anstatt einer Tonleiter, guck mal, wenn ich eine Tonleiter spiele, dann hörst du die Tonleiter, aber nicht den Song. So. Wenn ich jetzt aber, ohne dass ich die Akkorde spiele, die richtigen Töne gleich spielen werde, wirst du trotzdem die Akkordfolge hören. Ich probiere das mal. So, nochmal fürs Ohr. Jetzt spiele ich Das war jetzt natürlich noch sehr steif und so, aber du hast, ich wollte dir nur demonstrieren, aha, allein dadurch, dass ich die Wenn ich die richtigen Töne auswähle, nämlich die, die zum Akkord gehören, dann hört man plötzlich den Song, auch wenn keiner mitspielt. Und das wäre quasi meine Einstiegsdroge, um dir zu sagen, Musiktheorie kann eigentlich fetzen, weil wenn ich weiß, welche Töne zu dem Akkord gehören, dann kann ich die richtigen Töne auswählen. Oder halt, ich kann auch mit Absicht die falschen Töne spielen. Also wenn ich sage, aber ich will so eine Dissonanz schaffen, dann mache ich das halt. ist jetzt vielleicht für so ein Popsong nicht vorgegeben. Das war jetzt Absicht. Um dir zu sagen, wenn ich weiß, welcher Ton vorher schief klingt, kann ich den mit Absicht spielen. Wenn es sein, kann ja mal sein, du hast so einen Song und sagst, ah, das klingt alles zu gemütlich, kannst du nicht mal da einen anderen Ton mit reinbringen oder so. Nein, 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 dann spiele ich halt den anderen. Nur mal als Beispiel. Jetzt habe ich vorher immer einen falschen Ton gespielt und habe den dann richtig aufgelöst. Nur mal um zu sagen, ah, cooler Effekt und so. Und das hat nichts mit Tonleitern lernen zu tun. Das ist reines, wo sind die Töne, wo ist das? Und das heißt für mich akkordbezogen improvisieren. Also das verstehe ich jetzt darunter, oder akkordbezogen improvisieren. Und das andere wäre, ich nenne es jetzt mal, man nennt das harmonische Verallgemeinerung. Das klingt auf Englisch viel cooler. Harmonic Generalization. Das ist, du hast zwar jetzt mehrere Akkorde, aber du nimmst nur eine quasi Tonalität da drüber. Das ist das, was du halt machst, wenn du spielst. Da hast du das. So. Und beides, da ist nichts schlechter oder besser, sondern die gehen natürlich Hand in Hand am Ende, weil das ist wie, du willst einen vollen Werkzeugkasten haben, damit du bei jeder Situation das entsprechende Werkzeug wählen kannst und damit deine Musik natürlich dann auch immer ein bisschen anders klingt. Weil ganz oft, typisches Gitarristenproblem, Solo 1, Solo 2, Solo 3, alle Solos, egal welcher Song, wenn es eine andere Tonarte ist, ach, jetzt ist es hier, ist so, man hat so seine Lieblings-Licks und spielt die dann einfach immer wieder, immer wieder und meistens fällt es dann auf, wenn man anfängt, seine Songs aufzunehmen, irgendwie klingt jedes Solo gleich. Zwar schneller oder langsamer, aber es sind immer dieselben Licks. Und da, weil man immer mit demselben Werkzeug arbeitet. Anstatt zu sagen, okay, der Song hat die Akkordfolge, da wähle ich mal die Töne aus, plus den Hammer. Und der Song hat das und das, da kann ich die und die Werkzeugen, schon wird das Ganze bunter, farbiger. Aber das Erste wäre halt, damit du genau weißt, was du zu tun hast, ist, du musst diese fünf Fingersätze lernen, und zwar jeweils vom Grundton aus. Das heißt, du musst bei jedem Fingersatz immer wissen, wo ist das E jetzt in dem Fall. Und die müssen super sicher sein, dass du keinen Fehler machst, da musst du langsam üben, musst dir Zeit lassen, wenn es jetzt hier, der Fingersatz ist, oder hier, dass du genau weißt, das ist E-Moll-Pendatonik, hier im vierten Bund oder so, dass du weißt, hier beginnt das E. So, zuerst musst du diese Fingersätze auswendig lernen. Die müssen einfach sicher, langsam, da sein. Schritt zwei, wenn du quasi so einen Fingersatz drauf hast, ist, du hast ja schon gemerkt, es reicht nicht, den Hoch runterzuspielen. Schritt zwei ist dann, solche Übungen, wie ich sie dir gezeigt habe, Dreiersequenz, skip two, auf diese Positionen zu übertragen. Da gibt es noch fair, da gibt es ganze Bücher voll mit solchen Übungen, aber die kann man sich auch selber ausdenken. Also jede Idee eigentlich kannst du übertragen. Wenn du irgendwo, du hörst von deinem Lieblingsgitarristen einen Solo raus und der macht zum Beispiel, du sagst, oh, was macht der hier? Ah, der spielt hier zwei Töne gleichzeitig, die schräg nebeneinander sind. Und dann, im Sequenzgedanken, ey, das kann ich doch überall machen. So, und schon hast du die Idee der Sequenz, ich habe eine Idee und übertrage die auf jede Tonstufe und dann kannst du damit Musik machen. Ich habe jetzt immer dieses auf das Übertragen. So, das ist dann sozusagen der zweite Schritt, den du dann machen kannst. Die Sequenzen übertragen. Und das andere mit den Tönen suchen, das ist unabhängig davon, das solltest du sowieso üben, meiner Meinung nach. Und da würde ich damit anfangen, fängst du mit dem E an, dann suchst du dir einen neuen Ton und du musst jeden Tag einfach wiederholen. Aber wenn die da sind, dann ist das ja schnell abgehakt, so den Ton zu finden. So, dann nimmst du einen neuen. Und irgendwann kannst du alle zwölf Töne. Dann sind die sicher. Und dann kann man auch andere Übungen machen, um das noch zu verbessern, weil ich habe auch einen Schüler, der sagt, naja, jetzt kann ich das so mit den Tönen, aber trotzdem finde ich die nicht gleich immer sofort. Das dauert natürlich noch eine Weile und Erfahrung und Fingersätze lernen und so. Das kommt dann noch. Aber das ist eine super gute Basis, die du dir geben kannst. Und das erleichtert dir dann schon die Orientierung zusammen mit den Fingersätzen, die du dann verschieben kannst. Dann kannst du auch in allen Tonorten spielen. So, dann hast du mich noch gefragt hier, welche Akkorde passen gut zusammen? Und dann gebe ich dir auch erst die philosophische Antwort, die sagt, alle Akkorde passen irgendwie zusammen. Also, wenn du, wenn du das, du musst das machen. Also, ich mache mal eine Akkordfolge jetzt, die überhaupt nicht schön zusammenhängt. Ich fange an, hol mal, machen wir ein schönes Cis-Moll, dann nehme ich einfach ein G-Dur, dann gehe ich zu E-Dur und dann, keine Ahnung, A-Moll. Die haben nichts miteinander zu luten. Klingt voll kacke. So, aber jetzt spiele ich die ja auch ein. Oh, ein falsches Wort dabei. Jetzt habe ich schon Müll gespielt. Aber du hast gesehen, ah, wenn ich das lange genug mache und jetzt wieder diese Übung, ich spiele mal die Grundtöne dazu. Drei, vier. Das kommt jetzt A-Moll. Ich habe immer jetzt zum Grundton gebändet und da klang gleich wie eine Melodie, eine coole, ja. Also, du kannst alles passend machen, kommt auf deine Kreativität an. Aber, es gibt natürlich musiktheoretische Regeln, welche Akkorde zusammengehören, normalerweise sozusagen. Ja. So, und dazu müsstest du dich mit Musiktheorie beschäftigen, da weiß ich nicht, was du schon gemacht hast. Kannst du Duotonleitern bilden? Nee, der Quintenzirkel kommt später sozusagen, der Quintenzirkel ist wieder, ich weiß, ich weiß genau, wo du das her hast, da gab es bestimmt irgendein Video und er hat gesagt, ja, du brauchst nur einen Quintenzirkel nehmen und da siehst du, welche zusammenpassen. Okay, das ist aber so, als würdest du, wir hatten es vorhin mit einem kleinen 1x1, jetzt hättest du immer deinen Spicker dabei und würdest es gar nicht wissen, würdest es abschreiben oder so. So, klar, kannst du ja tausend Tabellen ausdrucken, was alles zusammengeholt, aber, wenn du es verstehen willst, wäre der erste Schritt zu lernen, wie funktioniert eine Duotonleiter. Duotonleiter, das haben wir alle im Ohr, weil wir das als Kind immer gehört haben. Den Klang, den haben wir alle im Ohr. Du müsstest jetzt lernen, theoretisch, wie funktioniert so eine Duotonleiter. Weißt du das, wie die aufgebaut ist? Hast du sowas schon mal? Das ist jetzt C-Dur. Okay, und wie geht E-Dur? Ne, du hast jetzt, was du jetzt gemacht hast, war, du hast C-Dur aufgesagt, aber hast beim E angefangen. Das ist nicht richtig. Weil, wie würdest du denn dann Gis-Dur aufsagen? Könntest du nicht machen, so, weil, fehlen ja die Töne oder so. Die C-Dur-Tonleiter hat eine Struktur, aber da muss ich dich vorher erst mal fragen, wie viele verschiedene Töne gibt es denn? Und insgesamt sind es wie viel? Es sind zwölf. Die richtige Antwort ist zwölf. Und deshalb hat deine Gitarre hier am zwölften Bund so einen Doppelpunkt, weil da, du hast das vorhin automatisch gemacht, E, E, ach so, ja. Das sind die Töne, die es dazwischen gibt und dann beginnt es wieder von vorne. Hier fängt es wieder beim E an und wenn du jetzt 24 Bühne hättest, wäre bei der 24 wieder so ein Doppelpunkt. Ah, wieder E. Da wäre der erste Schritt, du solltest diese zwölf Töne lernen. Das ist so ungefähr, wie als würdest du die Zahlen von 1 bis 10 auswendig lernen. Weil du kannst vorher nicht Mathe machen, bevor du die Zahlen nicht bis 10 zählen kannst. So ist es mit der Musiktheorie. Wenn du nicht die zwölf Töne, die unser Musiksystem benutzt, wir sind nur zwölf, ist auch cool, ja. Also mich würde demotivieren, wenn es heißt, naja, es sind 226. Dann würde ich sagen, scheiße, so viele Töne, aber hab so zwölf, ja. Das ist wie fünf Fingersätze. Mensch, fünf, das ist nischt. Fünf kann man lernen. Zwölf Töne, zwölf, das ist nischt, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich lernen. Das heißt, du brauchst die zwölf Namen, die es gibt. Du kennst die bestimmt schon. Ich sag dir jetzt einfach mal an, ja. Das ist E, F, Fis, G, Gis, A, A, S, H, C, Cis, D, Dis. Und dann geht's nur von los E. Das sind die zwölf Töne. Und alle die, die jetzt so ein Fis hießen oder so, die so ein Kreuz haben, das weißt du bestimmt auch schon, die haben noch einen zweiten Namen. So wie der Fis heißen kann, kann der auch Gess heißen. Das musst du wissen. Vorwärts und rückwärts. Da musst du sicher sein. Das wäre die allererste Hausaufgabe, die ich dir geben würde, wenn du in diese Richtung gehen willst. Diese zwölf Töne müssen vorwärts, rückwärts, egal ob mit Kreuz oder mit B, die müssen sitzen. Weil du überlegst auch nicht, nach der sieben kamen da eigentlich die acht oder die neun. Nee, das weißt du einfach. Da bist du super sicher. Und so sicher musst du mit dem Tön sein. Nach dem Fis kommt ein G. Das weiß ich. Nach dem B-Flat kommt das H. Das weiß ich. Also, dass du da einfach super sicher bist. Und dann, wenn du das drauf hast, können wir darüber reden, das ist sozusagen die Ursuppe, die Grundmasse, aus der alles besteht. Weil ab dann ist es nur noch, okay, das sind alle Töne, die wir haben. Wie wählt man jetzt die richtigen Töne aus? Da gibt es System dahinter, um eine Dur-Tongleiter zu bilden, um harmonisch-Moll zu bilden, um Akkorde zu bilden. Alles beruht auf diesen zwölf Tönen. Aber bevor wir die nicht sicher drauf haben, können wir da nicht weitermachen sozusagen. Deshalb wäre da eine gute Übung, dass du das einfach vorwärts und rückwärts aufsagen kannst. Und zwar mit Kreuzen, als auch mit Bs. Kannst du dir ja aufschreiben irgendwo. Also die Töne, meine ich, kannst du dir irgendwo notieren. Und dann einfach, ich habe das früher gemacht, in der Schule, oder wenn ich auf den Bus gewartet habe, oder so, habe ich einfach mich hingesetzt. C, Cs, D, 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 E, F, F, G, G, A, A, S, H, H, C. Mehr habe ich gar nicht gemacht sozusagen. Und danach wird auch alles klarer. Das ist das Coole daran, wenn du das einmal drauf hast. Diese Töne, Septime, Sechste, Quinte und so, das sind eigentlich nur Fachwörter, um zu sagen, Quinte heißt der Fünfte, Terz heißt der Dritte. So, eigentlich heißt es, wenn du sagst Quinte, sagst du nichts anderes als der Fünfte Ton. Erstmal dazu. Und dieser Fünfte Ton, der kann auch von Tonleiter zu Tonleiter unterschiedlich sein. Deshalb, so brauchst du gar nicht denken, am Anfang, sondern all diese Töne, die wir gerade aufgesagt haben, sind Halbtonschritte. Das hast du schon mal gehört. So, sind Halbtonschritte. Alles Halbtonschritte. Jetzt geht es darum, jede Tonleiter und auch jeder Akkord, alles eigentlich, hat eine bestimmte Reihenfolge von Halbtonschritten oder Ganztonschritten. Es können auch mehr sein bei Akkorden, und dann anderthalbtonschritten und so weiter. Also Abstände, das ist jetzt wie, das ist wie Messen mit einem Lineal. Aha, vier Halbtonschritte plus drei Halbtonschritte macht ein Dur-3-Klang. Aha, du kannst quasi das Lineal anlegen mit dieser, mit diesen zwölf Tönen und gucken, wie groß sind die Abstände. Und um eine Dur-Tonleiter zu bilden, muss man ein ganz bestimmtes Muster einhalten. Ganzton, ganzton Halbton, ganzton, ganzton Halbton. Und wenn du da bei dem Ton startest und dieses Muster einhältst, kommt die richtige Dur-Tonleiter raus. So, da würde ich aber sagen, sprech mal beim nächsten Mal weiter, wenn du dann Interesse hast, nochmal zu machen. Aber ich denke, jetzt mit den Übungen für die Pendatonik hast du erstmal den wichtigsten Einstieg. Also wenn du mich fragen würdest, was ist das Wichtigste, was du jetzt üben solltest, dann ist das diese Übung, die wir gemacht haben, dass du da flinker wirst, weil du wirst sehen, wenn du das kannst, dann wirst du das auch bei der Probe spielen. Diese Sprünge und so, das kommt dann aus dir raus. Und dann solltest du einfach diese anderen Fingersätze noch lernen, dort auch, weil dann kannst du endlich über das ganze Griffbrett huschen. Das ist die Aufgabe. Okay, ich schicke dir jetzt dein Blatt mit deinem, was wir heute gemacht haben, dass du dir das nicht merken musst. So, dann kriegst du eine PDF, da sind auch nochmal die Übungen, ich habe die vorhin aufgeschrieben. Als Tabulatur, nur zur Erinnerung, rückwärts habe ich sie nicht aufgeschrieben, das musst du halt wissen, aha, diese Idee willst du natürlich auch rückwärts üben. So, jetzt hast du das hier, kannst du runterladen. Schön. Noch Fragen offen? Okay, cool. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Üben. Vielen Dank. Und wenn noch was ist, zwischendurch noch eine Frage oder noch was vergessen hast oder so, schreib mir jederzeit. Wenn du jetzt noch eine Frage hast oder mal irgendwas ist oder so, mir ein Übungsvideo, manche schicken mir auch manchmal ein Übungsvideo oder so, wenn du jetzt sagst, ja, guck mal, ist das richtig oder so, alles möglich. Hab noch einen schönen Abend, viel Spaß beim Üben. Hey Leute, danke fürs Anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Über Kritik, Fragen und Themenvorschläge freue ich mich besonders. Schreibt dazu einfach in die Kommentare. Abonniert doch gerne meinen Kanal für mehr Videos rund um das Gitarrespielen. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal.